ja meine freunde was geht ab herzlich willkommen zu meinem neuen video wir sind heute wieder 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 in ingolstadt aber bald sind wir dann in nürnberg oder münchen wallah ingolstadt ist ein bisschen zeig mal ein bisschen in ingolstadt menschen heute ein bisschen heute ist ein bisschen fui heute ist ein bisschen voll ja heute ist schönes wetter und wir haben gesagt komm wir machen einfach für euch ein geiles video dann schauen wir mal was heute in diesem video passiert ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Freunde, wir haben hier unsere nächste Kandidatin Stell dich mal vor Hallo, ich bin Elmedin Ich bin 13 Okay Bro, hast du noch Freundin? Nein Du liebst deine Eltern über alles Ja Würdest du für ihn alles tun? Ja nochmal Alles? Ja Würdest du für ihn auch eine Chili essen, die wirklich scharf ist? Ja nochmal Warte, warte, warte Warte, warte Ich gebe dir auch Iron Damit Weil du es wirklich schaffst Ah stimmt, du fasst es nicht Okay Bist du bereit? Du hast dich getraut Dann Mach mal Warte, warte, warte Du musst eine Minute warten Mir gehts gut Nein, das ist doch eine Schnauze Seine Oma Seine Oma Boah Es gibt noch Scharfere Aber ich hab das gegeben Schau, ich zeig dir Warte, noch ein bisschen Paar Sekunden Für Familie, ne? Was man alles nicht machen kann Warte, warte 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 Ja Okay Giovanni 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 Hast du eine Freundin? Nein Bruder Nicht, Single sagst du Nein Liebst du deine Eltern über alles? Normal Über alles Du willst für sie alles machen? Alles Würdest du für sie auch ein scharfes Chili essen? Scharfes Chili essen? Ja Mann Du musst eine Minute warten Das ist die Schärfste Ey Das ist nicht normal Ich hab gehört Das ist Ja Geht's dir gut? Zeig mal deine Augen Nein sagst du Valla luk nicht Valla Valla Vor 30 Minuten So bisschen gegessen Und ich hab dich mal geschluckt Ja Ja Scharf ne? Zeig mal deine Augen Zeig mal deine Augen Kamera Fertig Fertig Noch 10 Sekunden Warte Ich kipp dir schon was So eine Lässige sind Balla digga Ich will nicht hoch Das mal Ja Ich kippe Warte Ich kippe Ich kippe Ich kippe Ich kippe Ich kippe Ich kippe Okay Willst du dein Instagram sagen? Ja D V 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 Aber du hast es verdient, aber du hast es verdient, aber du hast es verdient, aber du hast es verdient. Ja Freunde, wir haben hier unsere nächste Kandidat. Stell dir nicht mal, Bro. Ich bin Albion. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Aus Singolstadt. Ja. Okay. Hast du eine Freundin? Nein. 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 Liebst du deine Eltern über alles? Ja. Würdest du für sie alles machen? Ja. Alles? Ja. Würdest du für sie auch ein scharfes Chili essen? Das ist wirklich scharf so. Für deine Eltern. Keine Ahnung. Würdest du für sie alles machen? Ja. Ja oder nein? Nein, Mann. Danke trotzdem. Ja, Freunde. Wir haben hier unsere nächste Kandidat. Stell dir nicht mal vor. Ich bin Sabi. Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt. Lebst du deine Eltern über alles? Normalerweise. Die Eltern müssen immer leben. Würdest du auch für sie alles machen? Normalerweise. Ich würde sogar sterben dafür. Auch sterben sagst du? Normalerweise. Normalerweise. Würdest du für sie auch ein scharfes Chili essen? Normalerweise. Wirklich scharf aber. Ja? Passt du? Nein. 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 Das ist echt scharf. Aber. Schau. In einer Minute. Ja. Du darfst das nicht spucken. Raus. Und. Ich gebe dir deine Eltern. Okay. Ich gebe dir die Eltern. Eine Minute. Noch eins. Nein. Nein. Scharf. Nein. 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 Sag doch. Jungs. Schau dir. Der hat gesagt. Der wird sogar sterben. Aber. Ich gebe dir richtig scharf. Man muss. Nie wieder. Nie wieder. Der hat sogar gesagt. Für Familie würde ich sogar sterben. Yeah. Der hatJAfe hoch er landau. Nein. citizenspeł. Daskinder. Dasn tres kris. Die frotteste.